Hallo zusammen, willkommen zurück zu meinem Let's Play bzw. Let's Replay von Tensho 2. Ja genau, ich freue mich drauf dieses Level jetzt zu spielen, auch wenn das wahrscheinlich eine Failparade von mir wird. Genau, wir stehen ja vor dem Bambuswald, sozusagen, und wir sind auf Tatsumarus Spur und da müssen wir jetzt gucken, dass wir hier durchkommen. Ungesehen möglichst, aber ich weiß, dass das verdammt schwer wird. Ja, wie gesagt, es ist wieder ein neuer Tag hier, Donnerstag, morgen ist Freitag, das heißt Wochenende. So, dann schauen wir mal hier. Ah, jetzt haben auch die Kerle Schnabelfresse. Okay, ah, dieses Level ist so scheiße schwer. Ja, ich muss erst mal gucken, weil da hinten, ich kann mich noch an den Anfang erinnern, weil da hinten da ist auch ein Gegner. Das weiß ich. Oh, das ist doch, ich mag dieses Level nicht, aber ich freue mich trotzdem, dass man wieder schön Tensho 2 hier spielen kann. So, und zack. Da kommt der nächste Gegner. Ah. Aber, ich muss dann... So, die Items klauen und weg hier. Weg hier. Lauf. Fuck, Mann. Scheiße, Mann. Ach, das ist so ein dämlicher Bogenschütze. Ach, Mann, nur weil ich so gierig war, um die Items zu klauen, ey. Oh, das ist doch... Ich bin so dumm manchmal, echt. Ja, beim ersten Typ hier direkt gesehen worden ist... Ui, ist noch einer? Da hinten. Ich habe ihn gesehen. Ich habe doch eben einen Schatten gesehen, verarsche mich nicht. Genau, da seht ihr das. Das ist, glaube ich, eine Frau. Ja, genau. Oh, an diesem Level muss man so aufpassen, ne? So, zack. Ja, ich weiß, ich sage immer, zack, aber es passt einfach so, zack, schwert in die Fresse. So, gib mir Items. Ja, einmal Schuriken, das ist gut. So. Aber ich glaube, einmal, wie gesagt, also beim letzten Mal hat es ja nicht gereicht mit einmal gesehen worden, aber ich glaube, hier, das Level, das ist doch sehr schwer. Oh, da ist eine Bombe und da ist ein Gegner. Oh Mann, wie soll ich das denn machen, ey? So, da unten ist die. So. Wie rum dreht die sich jetzt? Aha, okay. Dann los, 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 los. Zack, zack. Genau. Einmal pro Video muss dieser Kill sein. Egal, wie Scheiße, das läuft. Ah, komm schon. Komm schon. Ah, ich muss nicht so gierig sein in dem Level. Darf ich nicht. Ich glaube, die hat nix, ne, ne. So ist der nächste Gegner. Ich glaube, da oben drauf. Ah, ja. Seht ihr das? Diese Vogelfresse da oben. So, und komm, 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 komm. Yes. Zack, ey. Oh mein Gott. Hier unten kommt ein Typ, ich weiß das. Soll ich trotzdem? Ja, komm. Ich räume mich trotzdem runter und springe direkt wieder hoch. So, ups. Ne, das wollte ich nicht. Äh, ja. Oh Gott. Und wo kommt der? Da. Ich sehe dich, Vogelfresse. Ah, weiß dieser Scheiß-Bogen-Schweiß. Du siehst du, der mich eben gesehen hat. Aha. Ne, ne. Nix da. Du siehst mich nicht, Freundchen. Du gehst sterben gleich. Ne, du siehst mich nicht. Wenn ich das aufstehe, sieht er mich. Das ist irgendwie komisch, aber das ist halt so. So. Und. Verstecken. Ich bin schon mal hier ein bisschen näher dran. So, da bist du. Na, du siehst komisch aus. So. Oh mein Gott. So. Aber jetzt ist die, äh, die Narbe von Rückenhaus weg. Das ist irgendwie komisch. Oh mein Gott. Boah, ey. So, da sind die Items. Wo ist der nächste Gegner? Der ist doch direkt da. Seht ihr das da? Wo ist der? Aha. Ich hab sie gesehen. Eine Frau. Nein. Wo denn? Oh nein, Alter. Die ist doch weggegangen. Warum? Oh man. Ey, ich würde doch gerne Großmeister schaffen hier. Oh man, die wird wahrscheinlich gleich die Leiche sehen. Ich geh gleich, ich geh mal ein bisschen weg. Ah ne, okay. Ist der egal. Alles klar. So, wo ist die? Hör doch auf, ey. Zweimal entdeckt worden. Na, scheiße. Aber wie gesagt. Das muss nicht unbedingt heißen, dass man keinen Großmeister mehr schafft. Aber in manchen Leveln schafft man damit keinen Großmeister. Und das ist... So, da kommt die. Ah, ich schau durch den Bambuswald. Und sehe, dass die sich umdreht. Und wieder... Oh man, das ist so eine... Ja, natürlich, ey. Nee. Oh man, wie soll man... Hä? Oh, die hat mich vergiftet. Fuck. Oh Gott. Nein, nein, nein. Nimm das. Oh, ey. Oh man. Oh. Wie soll man das machen, ey? Oh. Man muss jetzt hier im Kreis laufen, um die abzuhängen, ja? Ich kann die nicht abhängen, irgendwie. Keine Ahnung. So, hier hinter. Ja, jetzt rennt die mir eiskalt hinterher hier. Das ist... Oh, ey, nein. Hör doch auf! Hallo? Ey. Nee. Alter, ist die schneller als ich, oder was? Oh. Alter. Das gibt's ja wohl nicht, ey. Was ist mit der? Ist die krank? Ey, ist die krank? Hallo? Oh man, so hab ich mir das überhaupt nicht vorgestellt, Mann. Oh man, nein. Ey, die... Oh, ey. Die rennt mir echt überall hinterher. Das ist... Oh, jetzt wär ich fast in die Bombe gelaufen. Ja, natürlich, ey. Ey, ich glaube, ich werd das Level nochmal neu starten. Es tut mir leid, aber das hier... Das geht ja gar nicht, oder? Nee, kommt. Ich war noch nicht so weit. Ich lass mich jetzt von der töten. Ja, genau. Töte mich. Ich weiß, das ist nicht der Sinn der Sache, aber das ist jetzt ne Ausnahmesituation. Weil irgendwie will mich das Spiel grad verarschen. Das ist ein bisschen scheiße, naja. Hab ich ja zwei Items verloren, aber ist egal. Es sind jetzt zehn Minuten. Ja, komm, mach Retry hier. Komm, direkt. Boah, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, dass dieses Level richtig scheiße wird. Ja, das waren jetzt maximal zehn Minuten. So, diesmal nehme ich auch keine Items. Ey, Mann, ey. Fünf Blasrohre verloren gegen den Scheiß. Egal, ich nehm wieder zwei mit und zwei Rauchbomben und ein paar Calltrups und los geht's. Ich werd direkt beim ersten Gegner hier... Den werd ich direkt hier... ...wagsnipern. So. Der mich zumindest nicht mehr sieht. Aber der ist doch dieser Scheiß-Bogenschütze da hinten, ne? Komm, nein. Nein, diesmal nicht, Junge. Diesmal... Nein! Das gibt's ja wohl nicht, ey. Mann! Das... Das gibt's ja wohl nicht. Das gibt's ja wohl nicht. Er hatte mich... Gott, ey. Ich bin auch so gierig wegen den Items, ey. Mann! Ich schaff's nicht, ey. Ich schaff's nicht. Das wird mir langsam echt zu blöd hier. Ah, ne, da hab ich jetzt zu lange gewartet. Wo ging das nochmal hier mit Abbrechen? Ah, okay. So. Meine Fresse, dieses Level ist aber auch echt schwer. Also... Wie man hier Großmeister schaffen soll, weiß ich auch nicht. So, da hinten ist die Frau. So. Komm, jetzt. Jetzt ist mir egal, wie ich die kille. Hauptsache, ich kille die. Das will mich doch wohl verarschen, ey. Jetzt mal ehrlich. Jetzt bin ich zweimal von dem gleichen Leben entdeckt worden. Was soll das denn? So, komm. Und direkt rein da. Weil, hier oben ist einer drüber. Ich muss vielleicht sogar manchmal ein bisschen warten bei den Gegnern. Weil... Oh, Mann. Ja. So, jetzt. Beklau sie. Noch ein Blasrohr wiedergekommen. Mann, das ist doch beinlich, ey. Diese Folge. Dies ist richtig kacke jetzt. Jetzt muss ich das Level neu starten. Nur weil so eine Scheiße passiert ist. Mann. Egal. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Weil der Staat, der war richtig behindert. Also. So, komm. Und... Ja. Gott sei Dank. So. Ich bin wieder da. Wo ich eben aufgehört hab. Noch nicht ganz, aber gleich. Ja, man sieht Feinde sehr spät. Das stimmt. Also aus der Beschreibung. Ich glaube, jetzt gehe ich mal von hier... Von hier hin. Bleib da stehen und dreh dich jetzt um. Jawoll. Okay, sehr gut. Du Hure, ey. Du hast mich eben so... So genervt hier. Oh. Vier Blasrohre mittlerweile wieder. Das ist doch geil. So, wer ist hier? Ich weiß nicht, wer da ist. Wo? Was? Ah, der Bogenschütze. Den gab's ja auch noch. Stimmt. Aber der geht ne nervige Rote. Das heißt, den kill ich wieder mit Blasrohr. Zack. So, weil der ist nervig gewesen. So, Kyle Drops. Dann haben wir, glaube ich, hier schon alles, oder? Nein, nicht in die Dinger, gut. Dann haben wir hier in der Gegend jetzt schon alles. Ja. Sieht so aus. Okay. Na, wie gesagt, nochmal. Entschuldigung, dass ich jetzt einen zweiten Versuch mache. Aber... Das war einfach zu krass. So. Wo ist der Nächste? Tut mir leid. Ich musste einmal kurz aufstoßen. Wo ist der? Hallo? Ich sehe nichts. Hallo? Ah, hier oben. Aha. Okay. Alles klar. Springst du jetzt wieder da hoch? Ja, ja. Du springst hoch. Nee, komm. Äh. Wo ist der? Aha, er hält sich fest. Okay. Ist das gut, was ich hier mache? Oh nein, es ist nicht gut. Oh mein Gott. Wo ist der? Nein. Boah. Der ist wieder so komisch da hochgesprungen, ey. Abwarten, ey. Schön abwarten. Gott, ey. Was macht der da so lange? Bleibt der da jetzt stehen? Ich weiß es. Wenn ich jetzt da hochlaufe, dreht er sich um. Ah, ey. Ich tue es. Ah, er dreht sich nicht um. Okay. Okay, alles klar. So. Oh mein Gott. Da ist der nächste Gegner. Ah, ich weiß. Ja, ja. Lass mich raten. Der sieht gleich die Leiche. Und dann ist wieder Alarmbereitschaft. Ja. Was habe ich gesagt? Da ist er doch. Wie eine Vogelfresse. Ach, Mann, Mann, Mann. So. Äh, Karte. Gib mir die Karte. So. Ja, genau. Ah, der geht wieder weg einfach. Oder was macht der? Hallo? Ah, nee, der kommt wieder, okay. Da ist der. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, ey. Das war doch gerade schon wieder fählich ohne Ende. Was bleibt der da jetzt so lange stehen? Ey. Hallo? Jetzt bleibt der da so lange stehen, oder was? Kann ich hier unten? Da kann ich her. Okay. So. Nicht springen. Oh, mein Gott. Oh, fuck. Okay. Denk! Mach ihn kaputt! Oh, ey. Der hat wieder nicht gekillt hier. Von unten. Alter, war das knapp. So. Das ist so ein scheiß schwieriges Level hier, ey. Wo ist der? Da kommt irgendeiner auf mich zu, aber wo ist der? Oh, das hasse ich so, wenn ich sehe, da kommt einer, aber ich weiß nicht von wo. Ach, das ist doch mies, Alter, ey. Richtig mies. Oh, nein, nicht nach unten gucken. Oh, wo ist der? Ah, da hinten. Ich sehe ihn. Ist wieder ein Wolverine-Typ. Nein. Hm, hm. Trau ich mich nicht. So, wer ist der? Da kommt doch bestimmt von rechts noch einer gleich. Ah! Was macht der denn? Oh mein Gott. Alter, fuck. Ah, er hat die Leiche gesehen. Ja, okay. Logisch. Er hat die Leiche da... Die ist auf einmal verschwunden, ist, okay? Oh, Mann, oh, Mann. So. Gott sei Dank hat er mich nicht entdeckt. Oh, Mann. Ich hasse diese Schiss. Wasser hier, ey. Oh, ja, jetzt... Hm. Ist der natürlich in die falsche Richtung gedreht, ist klar. Aber er sieht mich nicht. Das ist gut. Ja, da ist die Wand zwischen. So, jetzt. So, jetzt. So, jetzt. So. Oh, ey. Boah, drei Items. Das ist geil. Das ist richtig gut. Ah, hier war ich schon, okay. Ach ja. Ja, ja. Ich gehe wieder zurück. Ich will nicht zurück. Nein! Oh, fast in die Bombe rein. Sprung. So, wo ist der nächste? Nächste. Ich bin so ein Schisser, ey. Oh, Mann. Ah, da unten. Ich glaube. Ja. Da unten ist eine Frau. Seht ihr das? Oh, Mann. Was ist das denn, ey? Oh, nein. Das war scheiße. Jetzt sieht die mich. Jetzt entdeckt die mich. Nein, das war so dumm, ey. Ich hätte doch einfach... Ich hätte doch einfach nur... dort bleiben können. Ich Idiot wieder, ey. Mann, das war schon wieder... Oh, da war noch einer. Habt ihr das gesehen? Ah ja, jetzt rennt die wieder hier. Boah, fuck, ey. Egal, ist immer noch besser als der erste Versuch. Und zum Glück sieht die mich nicht hier durch den Bambuswald. Na, das ist doch mal echt schwer hier. Unentdeckt zu bleiben. Ich hab da hinten auch den nächsten Gegner schon gesehen, aber... Weißt du was? Ich werde ihn mit dem Blasrohr killen. So, weg mit dir. Da hinten ist nämlich irgendwo der nächste Gegner. Der wird wahrscheinlich gleich die Leid... Ne, okay. Er geht weg. Jetzt kommt er wieder. Nein. Wo ist der? Ah, da hinten. Nein. 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 Oh. Das war heftig knapp, Alter. Oh, guckt euch das an. So. Geschafft. Ich hab mich versteckt. Alter Schwede. So, jetzt dreh dich rum. Du drehst dich falsch rum. Oh, dreht sich nochmal falsch rum. Wenn du dich jetzt nach rechts dreht, ist die fällig. Ja, genau. Und... Nein, das hat wieder nicht funktioniert. Egal. Komm. Gib mir deine Items. Und geh sofort weg hier. Oh, hier ist noch einer. Da unten. Blasrohr kommen. Ah, ne. Kein Blasrohr. So, da. Oh mein Gott, nein. Die kommt doch hier hin. Verdammt, ich hab's vergessen. Boah, hab ich ein Glück, ey. Boah. Älter Schwede. So. So, boah, sieben Blasrohre. Oh, was ist das denn? Ein Minihaus. Okay. Wo ist der nächste von eurer Saat? Hä? Aber wo? Ah, da oben. Alles klar. Ich sehe dich, mein Freund. Und wenn du dich rumdrehst, bist du tot. Oh mein Gott, der hat sich nicht rumgedreht. Ich dachte, der hat sich rumgedreht. Ja, jetzt aber. Komm. Glück gehabt. Zack. So, warte mal. Ist hier noch irgendwo einer? Ne, ich glaub hier in diesem Bereich hab ich's. Ah. Ich hab jemanden gehört. Aber nicht hier. Ja, wieder nur. Die nice Musik. Genau, ja. Nö. Dann würde ich sagen, geh ich mal weiter. Boah, es ist so ein schwieriges Level. Wie eigentlich jedes Level. Wo? Was? Die Richtung? Die Richtung? Irgendwer hat mich fast entdeckt. Ich war hier doch schon. Warum hat mich irgendeiner fast entdeckt? Ach, der kann mich nicht gesehen haben. Ich war doch hinter dem Bambus-Dingern. Da ist der. Was? 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 Verarschen oder was? Wer will mich jetzt hier entdeckt haben? das ist doch scheiße wer hat mich entdeckt wenn nicht der wo er hat mich entdeckt der kann mich nicht gesehen haben da muss irgendwo noch einer gewesen sein scheißegal ich nehme jetzt für jeden gegner hier nämlich jetzt blasrohr ist mir scheißegal es sei denn die ja hätte ich machen sollen eben man muss die blase ja nicht verschwenden 4 items vier stück krieg jetzt noch einer so hier geht es nämlich zum endgegner gibt es nämlich einen endbus packt das glasrohr aus genau der hat keine items so ich will aber noch mal zurück weil ich will wissen ob ihr noch ein gegner ist lauf da mal rein nein ich habe alle wird alle gekillt ok gut dann würde ich sagen können wir zum endboss der wird wieder sehr schwer ich habe auch mal hier jetzt mal ein save state gemacht damit ich das spiel speichern kann speichern kann das weiß ich mache hier jetzt noch mal ein weil der wird jetzt richtig schwer glaube ich abziehen ich bin Ich agree! Rejoice, woman! Er hat eine Möglichkeit gemacht. Du bekommst die Ehre, dass du von Kirill, der Magnificent getestet hast. Wie für dich? Unschuldig, Mann. Du bekommst mich, dass du von mir getestet hast. Und hier. Hä? Wie kann der Gas verteidigen? Nochmal Gas. Granate. Nochmal Granate. Zack, Zack, Zack. Wow! Trink! So, okay. Alles klar. Nochmal Gas. So, im Abschluss kriegst du mit Granate in die Fresse. Bam, Junge! Geschafft! War doch nicht so schwer. Man muss sich nur konzentrieren. Mach Chiru, pick your balls clean. Ich glaube, du warst nicht so ferocious. Wuuu! 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 Ahja, komm. Nein! Fuck! Ninja Meister ey, nur wegen viermal entdeckt. ja man ist blöd ich will mal wieder großmeister habe hier in dem level ist echt schwer also ja wir waren 16 gegner was zur hölle ok ja da kann man nicht mehr machen finde ich also irgendwann ist auch mal gut vor allem wenn die gegner so nah aneinander sind das ist so blöd das ist kein supermarkt und muss draußen bleiben naja kansen karriere ok ok wir sind ja jetzt an der höhle angekommen wir haben uns eben einen fürsten des brennen morgen platt gemacht und seinen weißen tiger und ja genau wir machen morgen weiter indem wir in die höhle gehen und gucken mal was da sache ist mit dazu maru der hund meint auf jeden falle wäre da und ja genau würde ich sagen danke ich danke ich mich dass ihr zugeschaut hat und wenn es euch gefallen hat lasst gerne like oder einen kommentar da oder wenn es euch sehr gefallen hat auch ein abo gerne und genau dann wünsche ich euch noch einen schönen tag bzw schönen abend macht's gut tschüss